Was ist hier los? Hey, hey, hey! Geisteskrank! Willkommen zum 90-Hoppen! Wir gehen heute auf ein Football-Spiel der Buccaneers. Vielen lieben Dank an NFL Deutschland, dass wir uns eingeladen haben. Hier in Florida, mitten in Tempers. 25 Grad, 26 Grad. Es ist mega warm. Wir sind mega high. Mal schauen, was heute alles passiert. Es wird vorher noch irgendwie eine kleine Pre-Party geben, wo wir hin können. Wir sind ein bisschen back. Wir werden euch mitnehmen können. Wir haben den Johannes dabei. Der hat einen Pass und der kann uns überall mit hin begleiten. Und es wird richtig wild. It is gonna be wild, man! Let's go! Kineers-Drips. Kineers-Armbänder. Ich glaube, der Einzige, der hat das Schwanz-Shirt an. Aber es sieht gut aus. Ich mag's. Ich hab auch überlegt, die rote Hose. Ich hab ein T-Shirt an. Liverpool halt gucken. Wir gehen jetzt in die Enfield Road, ja. I doubt it. Für die Galaxy Greg Harburg. Jetzt stell dir vor, wie so ein Skifahrer. Der fängt hier oben an und jumpt dann hier oben raus. Sorry. Sorry. You can join if you want to. Okay, thanks. Das ist mir so schlimm. Die wollen doch die Treppen nehmen. Ich will auch die Treppen nehmen. Louis sieht aus wie so ein Gang-Member heute irgendwie. Gang-Gang. Du willst direkt abgeschossen werden. I'm a island boy. I'm a just 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 island boy. Weiß ich nicht. Okay, Leute. Let's go. Wir sehen uns beim Game. Tschüss, bis gleich. Wuuu. Jetzt gehört Platzveränderung. Soll ich jetzt hin? Das ist schwarze Auto. Bro. App, das tut ja nicht einfach ohne Auto. So you wanna go without us? Is that right? I'm gonna get it. I'm gonna get it. You guys. Ich hab grad alles gestoßen, was geht in dem Auto. Autsch. Aua. Da ist es. Da ist es zu Hause von Tom Brady. Ich bin echt gespannt auf Tom Brady. Also vielleicht die ein bisschen was von euch mit Sport am Hut haben. Der Kerl ist anders wild. Wirklich. Wie viele Super Bowls hat er gewonnen? Fünf? Auf jeden Fall die meisten. Das ist ungefähr so der Cristiano Ronaldo des American Footballers. Ja, das ist der Cristiano Ronaldo des American Footballers. Er ist wirklich die krankste Maschine und der spielt eben bei den Bucks. Wie sieht das eigentlich aus, Jungs? Habt ihr alle gut gefrühstückt heute Morgen, ja? No. Nee, ich bin auch richtig grandig gerade, weil ich nichts zu essen kriege. Oh, du hast zu essen. Ich hab ein bisschen Baby-Fight dabei. Wir gehen da nochmal ein bisschen pumpen. Was willst denn du jetzt? Kriegst du dich rein? Willst du mit mir spielen, soll man das fechten? Mal schauen, wo wir landen, weil irgendwie sind anscheinend so ein, zwei kleine Überraschungen für uns geplant. Da haben die Backmässe irgendwas vorbereitet. Wir sind sehr gespannt, was da passiert heute. Aber ich werde es gleich sehen. Wolle ich gerade so hinstellen, dass es noch halbwegs cool aussieht, aber ich glaube es sieht gar nicht cool aus, ne? Schwierig. Schwierig. Wolle Krise. Hi, nice to meet you guys. Since this isn't open, you guys have anything you want to do? There's a super fan group, so the people who paint their face. They have a big tailgate set up there. They said you guys are welcome to come hang out, play their tailgate games and stuff. The food and drinks, we can go grab that. Thanks. Nice to meet you guys. Of course. Ausgeschlafen mittlerweile. Ja, jetzt bin ich auch wach langsam. So, uns hat jetzt gerade hier ein netter Mann abgeholt von den Bugs. Wir klappern jetzt gleich noch ein paar Spots ab, wo wir vielleicht ein paar Videos oder so drehen können. Wir haben alle ultra Hunger. Ich hoffe, da gibt es auch was zu essen. Let's go! So. So. And. Outro music. So. Let's go! Slide. Die Frage fehlt sich. Was? Wie? Geil! Geh mal raus, geh mal rein. Hör mal auf, geh mal heim. Was ist schon los? Darf ich eigentlich bei der Arbeit auch trinken? Betrunken im Dienst gibt's nicht. Ich hab nur ein Bier getrunken. Das ist ein ganz feiner Tropfen. So coole Leute hier, wirklich. Der Vibe hier ist unnormal. Alle sind am Tanzen, alle am Spaß. Das würde ich gerne sagen. Der Jojo und ich, wir sind beide zwei richtige Leinwände. Wir sind weiß wie Farbe, weiß wie ein weißes T-Shirt. Kein Name. Wir sind auf jeden Fall sehr weiß. Und ich weiß ganz genau, wer nachher so einen saftigen Sonnenbrand hat. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir waren jetzt hier gerade bei den Tailgates hinten. Das war eine unfassbare Experience. Die ganzen Fans hier sind eher wie eine Riesenfamilie anstatt wie normale Fans. Geht zurück zum Stadion. Das Spiel geht bei mich bald los. Wir reiten uns ein bisschen vor und wir sind alle super high. Was genau ist seine Mission? Ein freies Jakob in der Wildbahn zieht sich nackig aus. Das ist warm, wenn ich will braun werden. Ich glaube eher, der Junge möchte vor den hotten Chili dann flexen. Ach jo, jo. Wir spielen heute die Charks gegen die Crocodiles. Mal gucken, wer gewinnt. Das ist eine Lüge. Eine Lüge? Ja. Lügen darf man nicht sagen. The Angles versus the Big Whirken. Oh, ich bin wirklich. Thank you. Ich bin so am Schwitzen. Es ist so heiß hier. Ich habe Tom Brady gezogen. Ja. Das ist echt Tom Brady. Das ist echt Tom Brady. Hey Randy. Der Teufel. Was? Der Teufel ist überall. Der Teufel ist überall. So heiß. Der Teufel sieht so unfassbar film-like aus. Ich habe es in Amerika einen Kreis gebracht. Hier geht's ab, ey. Ihr hört an der Laufzecke. Hier geht's ab. Es ist ein Passwort. Die Leute gehen mit. Es steht gerade 7 zu 3 für die Panthers. Tom Brady besetzt nicht das beste Spiel, aber kann auch kommen. Gleich eine Halbzeitshow. Ich glaube, wir gehen gleich dahin auf dieses Schiff. Ich darf natürlich nicht fehlen. Der richtige Halbzeit-Smeck. Hm. So gut and tasty. Wie viele Stars? Ich denke, ich bin ein bisschen von dir. Ja, ja, von dir. Are you a Celebrity? Ja. Ja. So, zwei Quartzer sind gespielt. Es ist jetzt Halbzeit und jetzt gehen wir zum Piratenschiff rüber, wenn ihr es schon gesehen habt. Und guck mal, wie die Aussicht von da ist, I guess. Let's go. A7, 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 A7. Two, three? What you want? Three? Wie krank ist das hier? Das ist einfach ein Piratenschiff im Stadion. Ich bin ein D, meine Damen und Herren. In mein Herz. Und mein Herz ist fast ein Herz zurückgekommen. Aber ich habe einen Arsch. Geil, laute Geräusche, ja. B-U-C-C-A-N-E-E-R-S, go Bucks. B-U-C-C-A-N-E-E-R-S, go Bucks. What does that spell? Ole, ole. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Well, that looks so dumb. You're low down. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt im dritten Viertel. Es steht 17 zu 7 für die Box. Wir sind jetzt hier auf dem Piratenschiff. Geisteskrank. Wir sind jetzt im dritten Viertel. Wir sind jetzt hier auf dem Piratenschiff. Wir sind jetzt hier auf dem Piratenschiff. Wir sind jetzt hier auf dem Piratenschiff. Ich glaube, ich kann offiziell sagen, ich werde nie wieder auf einem Schip in einem Stadion stehen. Wir haben von der NFL und den Bakuniers ein paar Souvenire bekommen, die geben wir jetzt mal an ein paar Kinder raus. So cute. Flex your arm. Oh, yeah, there you go. Hey, 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 hey. Give me tea. Can you guys have some glasses? Oh, yeah, you guys get too nice. Oh, oh, oh. Get him, get him, get him. Smiles, smile. You guys do that, man. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Hey. Yeah. Thank you. Thank you, thank you, man. Oh, Kinder sind so toll! Ich bin geil! Wo ist dein nächstes Opfer? Ja! Danke, Leute! Vielen Dank! Danke, Mann! Danke, Mann! Das sieht gut aus! Danke, danke, danke! Gib noch einmal eine Runde Röner! Danke, Mann! Danke, Mann! Da, da, da! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! I'm with the club, posted by the marina Eatin' fruitsuckin' at views that you never could dream of Get insert all this paper, I'm not talkin' subpoena Gotta flow like a river, but you won't find one that's cleaner No stunt double, I do my own tricks I got hits on hits, this like my bad flip Mind on my money, low where my palm itch Took the slow lane cruiser, now look we all rich Weißt du, ich frag, warum ich ne Sonnenbrille bei Nacht aner hab Ist, weil ich, glaub ich, scharf sehen kann Ich weiß nicht, ob man es sehen kann Sonst seh ich nix deshalb Und der hat geschniffene Gläser Ey, Frontpact, ich hab mich wirklich die ganze Zeit gefragt Warum du die aufhast Echt? Ja, Digga, weil ich, ich seh scharf doch Das ist ein Auto, der so mit Sonnenbrille rumgerannt Das ist eigentlich die Kapitänsbinde heute, oder? Ja, ja, ich bin heute Kapitän Ich guck mir das ganz schnell klarkreifend draußen an Die Jungs regeln das Hast du Tom Brady heute mal deinen Platz angeboten, oder was? Ja, hab dann angemogen Also, für den Tempo viel In den Karolina, am 17 Rams, fuck my dude Tempo! 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 Allein, allein! Du singst allein! Du singst allein! Der entspannte Don. Danke sehr! Ich hoffe, dass wir wiedersehen. Ohhhhhhhhhh! So geht dieser Tag auf jeden Fall jetzt zu Ende. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, Leute. Vielen Dank auch nochmal an die NFL und an die Buccaneers. Es war wirklich ein unfassbar cooler Tag. Werden wir niemals vergessen. Wir hoffen, wir konnten euch so mitnehmen, dass ihr so ein bisschen Eindruck davon habt, wie so ein NFL-Spiel hier in Amerika aussieht. Und vielleicht konntet ihr ja so ein bisschen Luft schnuppern und vielleicht gefällt es euch ja, was wir in Amerika so machen. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuschauen. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar. Wir würden uns mega freuen. Bis dahin, mach's gut. Das Woll! complementary